Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Wir sind schon zu alt, über zwei Jahre. Hier ist der Max und neben mir der Christian, hallo. Ja, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen und eine riesige DEFA-Reihe läuft hier immer noch bei uns. Ja, wir stecken immer noch mitten in unserer DEFA-Verbotsfilm Deutschland 65, 66, was ist da los? Reihe. Und auch heute wieder ein Film aus dieser Reihe. Diesmal schauen wir, wenn du groß bist, lieber Adam, von Egon Günther. Und das, mein lieber Max, ist ein Kinderfilm. Denn auch davor hat das ZK keinen Halt gemacht. Ja, auf gar keinen Fall. Ich habe neulich geguckt Alphonse Zitterbacke und war dann überrascht, dass ich lesen musste, Christian Petzold, wir erinnern uns natürlich, Errütung, wollte, dass sein Name aus den Anfangskredits gestrichen wird. Niemals, dass es Thomas Petzold ist, bist du sicher? Nee, Christian Petzold ist das der mit Barbara gerade? Genau. Dann ist das bestimmt Christian Petzold, trotzdem. Nein, dann ist das, also, Herr Petzold hat diesen, Konrad, das ist wohl wahr, jetzt haben wir es. So, damit haben wir auch das gefährliche Halbwissen wieder abgedeckt. Also Konrad Petzold, den wir in der Folge hier vor bei Ovestern hatten, tödlicher Irrtum, der hat den Alphonse Zitterbacke verfilmt und die politischen Organe der DDR haben gesagt, Moment, dieser Film kann nicht so kommen, wie du ihn gedreht hast, da müssen ein paar Szenen raus. Hat er gesagt, dann mach das doch, aber dann möchte ich bitte auch meinen Namen aus dem Vorspann gestrichen haben und so ist Alphonse Zitterbacke quasi in einer, je nachdem wie man es betrachten will, gekürzten Fassung nur zu sehen. Ich weiß nicht, ob man diese Original-Superlänge ohne politische Eingriffe noch irgendwo sehen kann, aber es gibt diese politischen Eingriffe überall. Und also auch Zitterbacke ist auch 65 oder 66, deswegen hatte ich auch überlegt, den hier mal anzubringen, aber ich glaube, der hat nicht genug, ich weiß nicht, ob er genug Fleisch hat, dass wir uns daran satt essen können. Okay. Ich meine, ich persönlich bin auf jeden Fall dann nochmal hellhörig geworden, weil das war ein Kinderbuch für mich, das sehr wichtig war. Also das habe ich in wohliger Erinnerung, dass irgendwie, also bei mir, ich, für mich wieder voll weißes Blatt, keine Ahnung, ich hatte eher gedacht, aha, wenn du groß bist, kleiner Adam ist wahrscheinlich irgendwie so Auseinandersetzung mit Religion, der erste Mensch, irgendwie sowas als Metapher. Mal gucken. Es geht also um den kleinen Adam, der noch nicht ganz groß ist und worum es da gleich ganz genau geht, das werden wir euch dann gleich danach erzählen, wenn wir fertig sind mit Schauen. Ja. Also du hast ihn auch schon gesehen, ne? Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe aber jetzt durch ein Interview mit Egon Günther schon ein paar Infos zum Inhalt bekommen, die würde ich dir jetzt gerne noch vorenthalten, aber ich habe Anlass zu glauben, dass wir danach sehr ausführlich darüber sprechen können, warum wohl auch dieser Kinderfilm verboten worden ist. Und das kann ich ja zumindest vorwegnehmen, Egon Günther hat schon deutlich gesagt, der ist wirklich verboten worden. Also es fing ja an, dass einige Filme wie Das Kaninchen bin ich so als Vorführmaterial während dieses Zentralkomitees 65 gezeigt worden sind, so als Negativbeispiele. Und daraufhin entstand dann die Lust oder der Frust, wie auch immer, dass das Zentralkomitee sich wirklich alle Filme angucken wollte von diesem Jahrgang und dann sehr rigoros zugeschlagen hat. Und da war dann eben auch der Film dabei. Es gab auch da dann Versuche, den Film doch nochmal irgendwie hinzubiegen. zu biegen. Das war wohl eher halbherzig und führt jetzt auch dazu, dass wir eine rekonstruierte Fassung gucken, in der das eine oder andere kleine Täfelchen gibt es darauf hinweist, was man sich jetzt gerade mal vorstellen muss. Also das heißt, der ist auch gar nicht fertiggestellt worden. Verstehe ich das richtig? Oder bist du auch nicht ganz auf dem Schirm? Nee, nee, also er war schon fertig, aber was nicht fertiggestellt worden ist, war dann die veränderte Fassung, die dann am Ende die einzige Fassung ist, die erstmal übrig geblieben ist, die man ja 1990 wie viele andere von den Verbotsfilmen versucht hat zu rekonstruieren Richtung Originalfassung. Also das heißt, meistens führt das jetzt dazu, also eigentlich war schon was da, dann wurde das aber rausgeschnitten und dann musste man das irgendwo anders wieder herbeschaffen. Wir werden das glaube ich jetzt noch öfter haben, weil gerade die Filme, die wir dann jetzt noch in Zukunft schauen werden, wie Jahrgang 45, denen ist das dann an bestimmten Stellen einfach auch so ein bisschen noch so anzumerken, dass da, naja, da musste man wirklich ganz schön geschwitzt werden, dass man den Film wieder ungefähr dahin gebracht hat, wo er, bevor er das Verbotsmerkmal bekommen hat, hingeraten ist. Ja, aber wie gesagt, das offensichtlich hat, wenn du groß bist, lieber Adam, schon allein vom Thema her so viel Zündstoff, da konnte man auch nichts mehr gerade biegen. und den Eindruck, den ich jetzt in dem Interview hatte, auch Egon Günther war auch, oder ist auch einfach überhaupt nicht der Typ zum gerade biegen lassen. Der ist auch noch am Leben, also der hat glaube ich auch schon ein stattliches Alter. Wollen wir mal gucken, was der 65 versucht hat und 1990 dann erst seine erste Aufführung erlebt hat. Na dann, Film ab. Ja, es gibt Leute, die finden die Filme von Godard manchmal etwas verwirrend in ihren Sprüngen, in ihren Ellipsen und Gedankenexperimenten. Ja, gestern habe ich dich vorhin richtig verstanden, das ist ein Kinderbuch, oder? Ja, ich, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, warum, wo ich das jetzt gerade herhole, dass das ein Kinderfilm sein soll und ob da auf irgendeinem Buch basiert, ich weiß das gar nicht, aus irgendeinem Grund habe ich den so einsortiert, nach Genuss des Films. Frage ich mich, wie du Kinder erziehen möchtest? Ich habe davon keine Ahnung. Nee, also keine Ahnung, wo ich das gerade hergenommen habe. Das habe ich irgendwo mal so gelesen und unkritisch und unreflektiert übernommen. Da hat bestimmt jemand gedacht, da spielt ein kleiner Junge mit, deswegen ist das Kind. Ja, man könnte die Geschichte ja so jetzt zusammenfassen. Also es geht um Adam, der bekommt eine Taschenlampe und wenn er mit dieser Taschenlampe leuchtet, dann leuchtet da eigentlich gar nicht so viel, sondern wenn der Mensch da, der gerade angeleuchtet wird, vorher gelogen hat, dann schwebt er in die Lüfte. Hat er die Wahrheit gesagt, bleibt er auf dem Boden der Tatsachen. Und das sorgt für allerlei Verwicklung, aber natürlich nehmen auch Erwachsene das in die Hand und spätestens, wenn Rolf Römer, der Schauspieler, mal testet, ob seine Freundin ihn liebt, ja, tut sie. Und als die Freundin das umgedreht versucht, da haut es mich nicht mehr ganz so hin. Da schwebt der Rolf Römer davon. Klar, da sind wir natürlich auch nicht mehr in den Gefilden von einem Kinderfilm. Ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern. Ich glaube, das ist auch keine hilfreiche Kategorie für diesen Film. Ich weiß gar nicht, ob es eine hilfreiche Kategorie gibt für diesen Film. Na, zum Beispiel die Kategorie Versuch einer Rekonstruktion. Das steht schon gleich zu Beginn. Und ich muss, keine Ahnung, ob hier Leute zuhören, die auch schon die Folge gehört haben, wo ich über mein Erlebnis auf der Berlinale Retrospektive berichtet habe, als ich erst Jahrgang 1945 in einer aktuellen, vollständigen Restauration gesehen habe, wo das als eigenständiger Film funktioniert. Und im Anschluss gab es dann die damalige Zensurfassung, was vor allem einfach heißt, also auch wie hier, der Versuch, dass der Film zurechtgebogen werden soll. Allerdings passierte das, während der Film quasi gerade im Rohschnitt war. Und das hat zur Folge, dass man dann nicht nur einen verstümmelten, also mit Zensuren des Staates versehenen Filmen vor sich hat, sondern da sind auch sonst noch viele Lücken. Sachen sind nicht vollständig synchronisiert. Also das heißt, manchmal sprechen die Leute und wir hören keinen Ton. Manchmal gibt es komische Sprünge oder Sachen passen nicht ganz so zusammen. Und ich weiß, dass dort im Publikum Leute saßen, die als einzige Fassung diese Fassung gerade erstmalig schauten. Und die waren völlig von der Rolle. Die wussten überhaupt nicht, was sie da gesehen haben, wie sie das einsortieren sollten. Es hat nämlich tatsächlich auch nicht so funktioniert. Also das konnte man eigentlich nicht gucken. Also das war für mich von großem Interesse, das nach dem vervollständigten Film zu sehen. Und es war ein tolles Vergnügen, mal O-Ton zu hören, was ja aus der Zeit in der DEFA völlig ungewöhnlich ist, dass wir also Originalaufnahmen vom Set hören. Wenn man das jetzt zum Beispiel in Adam hört, hört man auch genauso wie bei Jahrgang 45 jede Menge Kamerarattern und so. Das funktioniert halt eigentlich nicht. Aber es ist halt interessant zur Vervollständigung eines Bildes. Jetzt haben wir den Film so gesehen. Es gibt keine andere Fassung. Und der hat es voller Lücken. Es gibt Momente, in denen die Leute sprechen und danach dann die Drehbuchseite eingeblendet wird, wo der Text dann nachgeliefert wird. Es gibt aber auch Szenen, in denen nichts nachgeliefert wird. Ja. Dass so geredet wird und dann kommt halt auch nichts mehr. Und ich würde sagen, der Film hat als eine ganz feste Attitüde auch, oder der Regisseur Egon Günther, auch elliptisch zu erzählen. Das heißt, es gibt so oder so eine ganze Reihe von Auslassungen und Sprüngen. Nur merke ich, die ganze Zeit habe ich so eine Grundverunsicherung. Ist das jetzt ein Sprung, der mir quasi im Kopf mal auf die Sprünge helfen darf? Oder fehlt einfach gerade was? Ja, genau. Also diese Fassung, die wir gesehen haben, ist schon nicht so leicht. Und dieser doppelte Boden entsteht vor allem eben dadurch, dass wir auch nicht genau wissen, ja, ist da jetzt tatsächlich so dieser Sprung? Oder ist der eben, weil im Vorspann steht ja nicht nur der Versuch einer Restauration, sondern dass der eben auch beschädigt worden ist und verboten. Das fand ich auch noch eine sehr interessante Formulierung. Und, äh. Ich gebe mal kurz noch so ein bisschen Halbwissen noch oben drauf. Einen Film können wir jetzt nicht auf DVD hier sichten in unserer Reihe der Verbotsfilme, weil der auch gar nicht auf DVD rauskommen darf, nämlich Fräulein Schmetterling. Denn das ist ein Film, dem ist auferlegt worden, gerade weil er wirklich nur ein Rekonstruktionsversuch ist, darf der nur im Kino gezeigt werden auf 35 Millimeter. Und da ist das zum Beispiel so, da konnte der Film gar nicht mehr anhand des Originalschnitts rekonstruiert werden, sondern nur noch anhand der ausgemusterten Szenen, ne, die, die übrigen, das ist das Einzige, was noch übrig war an Material, 30, 40 Jahre später. Und die hat man dann passend zum Drehbuch wieder zusammengesetzt. Das heißt, man sieht quasi also eine B-Variante, die B-Seite des Films. Also für jeden Regisseur wäre das eine Katastrophe. Die Szenen, die im Schneidetisch auf dem Boden landen, die will man garantiert nicht im fertigen Film haben. Und ich hatte jetzt beim Adam öfter mal das Gefühl, dass es sich vielleicht auch hier öfter mal so um Outtakes, also oder nicht verwendete Szenen, weil es gibt schon manchmal Momente, wo also im Spiel oder in der Kamerabewegung ich so, ist es jetzt wirklich so gemeint oder ist das Teil der, weil der Film ist surreal und spielt immer wieder auch, also öfter wird auch mal so an der vierten Wand zumindest gekratzt, so, ne? Das auf jeden Fall. Wir haben den Erzähler, der uns auf jeden Fall damit zum Beispiel nimmt. Also deswegen nur meine Theorie hier, also wirklich ist auch manchmal mit B-Seiten sozusagen der eigentlichen Aufnahmen es zu tun zu haben, führt halt dazu, dass ich unterm Strich jetzt keinen wirklich vollständigen Filmgenuss habe oder wenn ich mal vielleicht für ein paar Momente hineinkomme, ich im nächsten Schnitt wieder ganz schön rausgerissen werde. Ich meine, Texttafeln lesen macht mich jedes Mal irre im Kino. Ich habe immer Angst, es nicht rechtzeitig fertig zu lesen und naja. Ja, also ich sitze auch mit einem riesigen, riesigen Fragezeichen über den Kopf hier und ne, ja, war ein Erlebnis? Ja. Ich überlege auch gerade, also 70 Minuten gegen diese Fassung, ob es nicht allgemein auch ein 90-Minüter werden sollte, was ja dann auch noch vielleicht einige Lücken erklärt haben. Es war sehr merkwürdig, also naja, das ist doch dieser direkte Eindruck, also der Filmspiel in Dresden, wer mal ein paar Archivaufnahmen in Dresden sehen möchte, der kann sich den Film auf jeden Fall mal angucken. Das ist ganz, ganz spannend und ich war auch sehr überrascht, also dieses Elbslandstein, das ist einfach so dermaßen charakteristisch, also diese erste Aufnahme, wo ich das zu dir gesagt habe, das ist irgendwie so schon ein total verdrehtes Bild von zwei, drei Statuen und ich habe gesagt, das muss ja Dresden sein und ich habe natürlich dann auch immer noch den Unsicherheitsfaktor immer nochmal gehabt, oh Gott, diese Stelle kenne ich gar nicht, ich weiß es nicht und dann aber Brücken und spätestens wenn das Elbufer zu sehen ist und die Silhouette einmal ins Bild gerückt wird, dann ist völlig klar, das muss Dresden sein. Ja, aber ich finde interessant, dass du das gerade so herausstellst, weil ich könnte mir vorstellen, dass so der, die touristische Befriedigung stellt sich ja eigentlich nicht so ein, weil das ist ja hoch stilisiert, also ich sehe ja quasi, also die Hauptmotive sind fast nicht zu sehen, also wir haben ganz am Anfang oder gar nicht zu Beginn ist einmal der Goldene Reiter zu sehen, der einfach so markant ist, wie er ist und wir haben dann auch eben mal so die Aufnahmen vom Elbufer, was eben so diese ganz berühmte Silhouette ist eben mit Zwinger und dem Küchen und dem Zwingen, aber so ganz, ganz prominent ist es eben nicht, also es sind dann eher so, und verpendet auch, ne? Ja, also ich behaupte, es ist das blaue Wunder, die eine Brücke, die ist zum Beispiel auch eigentlich bekannt, aber eigentlich nicht das erste Motiv, was mir in den Sinn kommt bei Dresden, das ist wirklich eben eigentlich so diese Hauptmonate und die wird eigentlich nicht genommen, dafür wird der Blick von dort hinunter auf die Elbe mit der einen Brücke da noch genutzt mehrmals, was, wo man eben nicht diese ganz, ganz berühmten Bauwerke sieht, aber trotzdem ist das einfach so, das ist einfach so eine markante Architektur und da kann man gar nicht anders als das eben so, also wenn man da einmal war, dann ob unbewusst oder bewusst, das merkt man sofort, dass das ist. Ja, ich finde halt interessant, wie dieser goldene Reiter, es sind auch so einfach nur vor dem Himmel, ist so heraus isoliert, so fast als wäre sozusagen, also es gibt quasi Postkarten-Elemente, es fügt sich nie zu dieser einen harmonischen zusammen, dass wir bei diesem, bei dieser Brücke viel durch die Streben gucken, ne, also quasi so eine, naja, jetzt gehe ich schon ein bisschen weit, aber also es geht hier schon auch um so eine Gesellschaft, die so unter der Haube, ich will jetzt vielleicht nicht eingesperrt sagen, aber vielleicht sollte ich es sagen, also, denn, also, dieser Film strahlt schon aus, so, also jetzt unbedingt von, wen er jetzt eigentlich anspricht, also spricht einfach Menschen an, so, ob die jetzt jung oder alt sind und da steckt schon so dieses Ding drinnen, wäre schon gut, wenn wir so eine Taschenlampe hätten, ne, weil, ich meine, wir wissen, eigentlich wissen wir es, eigentlich bräuchte ich die Taschenlampe gar nicht, weil wir wissen ja eigentlich schon immer ganz gut, weil oft nutzen Leute ja die Taschenlampe immer dann, wenn sie einen Zweifel haben, so, ne, und eigentlich bestätigen sich dann immer nur schon die Vorahnungen und zu dieser allgemeinen Vorahnung gehört natürlich so, so eine gewisse Unfreiheit, so eine Bisse, man hört oft Erwachsene, die so zynische Sachen sagen, die sich so, ja, es ist halt so und, äh, die, die Chefs sind halt, die wissen halt auch, so, also mit Ehrlichkeit und Wahrheit, so, pff, schwierig, ja. Das ist dann auch bezeichnend, dass der Minister die letzten Worte des Films spricht, so ziemlich. Ja, wir können ja mal trotzdem vorne anfangen. Ja, war ja auch ein sehr schönes Vorne, finde ich. Ja, die, die, diese Einführung durch die Erzählerstimme, die uns eben sagt, hier, also jetzt wird eingeblendet Darsteller, ja, und dann wartet man natürlich, dass hier auch die Darsteller eingeblendet werden, so wie eben bisher Kamera und Dramatur, Drehbuch und alles. Du so erwartest. Und dann fängt plötzlich eine Stimme an zu reden und die schafft der man eigentlich, ja, das ist Rolf Römer, der spielt den und den und Manfred Krug ist Conny und da, und so, was, bitte, okay, aus dem Film benutzt, das wird also visuell schon vorgegriffen, ich kann das noch gar nicht einsortieren, du kommst aber zu fast allen Figuren auch schon, was das, nee, zu den Schauspielern nicht so viel, aber nachher zu anderen Elementen, wie zum Beispiel, dass da noch ein Schwan ist und dass der wichtig ist für die Handlung, wobei darüber kann man ja streiten, aber, dass die Mutter, hier sehen wir die Mutter und wir sehen nur einfach eine Frau von hinten, die einfach den Weg lang geht, an einer wichtigen Stelle der Handlung, sie kommt wieder nach Hause. Ja, das ist die Schlussszene des Films. das ist die, ja, ach so, Absolut. Ja, und der Beste ist dann wirklich, da sehen wir dann irgendwie so einen Helikopter, der gerade einen Strommast dran hat und umherfliegt und der Film spielt in der Stadt, über die dieser Helikopter gerade fliegt, ohne dass wir irgendwas sehen. Also, schöner Witz da drin, das ist sehr, das weckt auf jeden Fall meine Neugier auf das, was dann vielleicht kommt, dieses, hä, es ist ziemlich ungewöhnlich, aber es ist lustig, die haben sich da was bei gedacht, da weiß schon jemand, was der da macht. Ja. Das ist noch so eine Phase, ja, cool, 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 und dann ist jetzt auch kein Vorwurf an den Film, aber es holpert dann irgendwie eben, ja, dann kommt diese Einblendung und plötzlich hört jemand, man sieht, ich sie widerspricht, aber ich höre nichts und dann überlege ich, ja, ist das jetzt gewollt oder ist das nicht gewollt? Ja, der gewollt und nicht gewollt ist, nicht gewollt sind jetzt die Glocken, die euch jetzt begleiten werden für die nächsten Minuten, aber wir lassen das mal. Was dann bei mir als so eine doppelte Irritation führt, weil einerseits der Film schon so einen sehr, einen eigenen Stil hat, wie er Figuren einführt oder Figuren wieder fallen lässt und der Schwan ist auch gleich wieder weg und dann ist er wieder da irgendwann und dann aber eben dieses, ja, jetzt kommt nochmal eine Einblendung, Text, was wird hier eigentlich gesagt und dann wird da eingeblendet diese Szene und dann wird nochmal der Schlusssatz, den wir gerade gelesen haben, nochmal gesagt, wo ich dann denke, ja, okay, aber dann hätte ich doch, ach, ich bin jetzt auch kein Gastroator, Respekt davor, sowas überhaupt zu machen, sowas zu sichten, immer wieder zu sichten, einzufügen, nochmal zu kontrollieren, aber es wird dann halt so, okay, ja, nee, ja, stört das, also es ist ein bisschen schwer, fällt mir auch dann schwer, da so reinzukommen. Lass uns nochmal kurz, ich finde, den Exkurs können wir uns einfach nochmal geben, weil den braucht es einfach, weil das gehört jetzt einfach total stark zu der Wahrnehmung von diesem Film dazu. Wie ist denn das so mit so verschollenen Filmwerken und ich finde, ich finde, dass mich Adam, gerade jetzt dieses Erlebnis von Adam ist in Verbindung mit dem, mit der Sichtung von der Zensurfassung von Jahrgang 45, macht es mir jetzt gerade sehr deutlich. Also ich wäre jetzt zum Beispiel der Typ, wenn die, es gibt ja einige unvollendete Ossenwelsfilme, so, und ich sofort bring, ist mir auch egal, wenn es noch nicht fertig ist, zeigt das, ich will das sehen. Und eigentlich weiß ich auch durchaus auch aus meiner bescheidenen Erfahrung aus der Filmemacherperspektive, dass wenn etwas noch nicht fertig montiert und gemischt ist, man es eigentlich niemandem anderen zeigen kann, außer denen, die ganz direkt involviert sind in den Produktionsprozess, weil es nahezu unmöglich ist, das wirklich so zu sehen. Wir sind das sehr stark gewohnt als Zuschauer, ein wirklich rundes Ergebnis, selbst wenn der Film an sich holprig und komplex ist, wenn der nicht quasi wirklich, also entgefertigt ist, einfach im Sinne von, wir haben hier in den Szenen, in den Adam tauchen, haufenweise Szenen auf, in denen der Ton ständig springt, zwischen O-Ton, Nachsynchro und noch einer anderen Nachsynchro, habe ich sogar das Gefühl. Manchmal ist es wirklich so durcheinander, manchmal läuft Atmo, wenn kein Dialog ist, manchmal ist wirklich gar nichts da, das ist sehr irritierend und im Grunde genommen nicht zu verdauen und mir war das nicht so bewusst, also ich ahnte schon an den Zuschauerreaktionen bei Jahrgang 45, dass das nicht ganz ohne ist, aber da hatte ich ja das Glück, quasi den abgerundeten Film zu sehen und konnte mit sehr viel Neugierde das angucken. Wenn man nur das hat, ist das nahe einer Zumutung, also ich persönlich habe das jetzt schon auch genießen können, aber um nichts wüsste ich, wie ich das jemandem empfehlen sollte, zu gucken, außer der hat, bringt schon ein großes Interesse mit. Es gibt auch viel zu entdecken in dem Film, nur so wie er ist, ist er tatsächlich, also ja, es ist ein Rekonstruktionsversuch. Also ich verstehe die Entschuldigungen jetzt im Nachhinein sehr gut und der Witz ist ja, dass ich eigentlich, diese Tonsache irritiert mich doppelt, weil ich denke, ich würde es dem Film aber auch zutrauen, dass er jetzt irgendwie sowas einbaut. Also ganz am Anfang, wenn die Stimme von Adam anscheinend die Stimme eines Erwachsenen ist, habe ich dann auch überlegt, okay, war das jetzt auch dieser Rekonstruktionsteil, dass jemand anderes das einfach eingesprochen hat oder ist das vom Regisseur so gewollt gewesen? Ich kann mir das super gut vorstellen, dass ein älterer Sprecher das machen sollte. Im Zweifel wirst du recht haben. Also das ist gar nicht eindeutig zu sagen, genau. Das macht es nur noch deutlicher. Also bei den einwilligen Werken von Orson Welles wäre das genauso. Kennst du eigentlich andere Beispiele, wo dir das schon mal so gegangen ist, dass du quasi einen Film verschmettst? Also eine Studienfassung, also ich glaube, bei Metropolis war das schon mal. Die Textarbeit kommt, jetzt passiert gerade das und das und dann liest du und denkst, ja okay, okay, okay. Das war übrigens das Überwältigende für mich tatsächlich, erst diese Studienfassung zu sehen und dann diese sehr weit rekonstruierte Fassung. Da hat das mich plötzlich funktioniert. Das ist echt krass. Und ich denke gerade noch an anders als die anderen, den wir hier schon mal im Podcast hatten, der ja auch eine sehr stark fragmentierte Fassung war. Wie war das bei der freudlosen Gasse? War das da auch noch mit? Der war auch nicht mehr komplett, ne? Nee, das stimmt. Da gab es auch, aber das war, es hat sozusagen das Herz nicht erwischt von dem Film. Und man kann bei Adam einfach mal sagen, scheiße, das hat ihm ganz schön, das ging ganz eingemacht. Da fehlen jetzt wirklich so, irgendwie ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen haltlos. Wie gesagt, die Verwundung ist wirklich eben dieses, einerseits, es reißt ein bisschen raus, aber andererseits ist wirklich bei mir immer diese Frage, aber war es nicht vielleicht doch ein gewollter Teil gerade, was so die Abmischung angeht? Das ist schlimm. Also es gibt keine Antwort oder hier ist keine Antwort, wird keine Antwort gegeben und da jetzt nochmal selber hinterher zu laufen, ach nö, das muss auch nicht sein. Deswegen, das ist kein, das ist auf jeden Fall keine Fassung, die man sich sagt, heute gucke ich mal diesen Film und lege mir das rein und dann sagt dann der, oh war irgendwie spaßig oder hat mir was gegeben oder nicht, sondern das ist schon eher so in Richtung eine Studienfassung. Also das ist das, was da ist. Mehr haben wir nicht oder mehr hat keiner, ist keiner gerade bereit, uns Geld zu geben, damit wir da uns nochmal richtig tief reinstürzen, um da nochmal was richtig rauszuholen. Für unser Studienprojekt, welche Filme wurden im Jahr 65 verboten und konnten so 66 nie gezeigt werden und sind teilweise erst viel später gezeigt worden, ist das genau passend sozusagen, auch diesen Aspekt zu sehen, diesen Teil, den, ich glaube, einzigen Farbfilm in dieser Reihe sozusagen, das muss man mal kurz an der Stelle nochmal hervorheben. Ähm, aber, aber, ja. Der Punkt ist ja eigentlich, weißt du, wenn es jetzt so wäre, naja, die haben halt die Szenen rausgenommen, wo es die schlimmen Dialoge gibt, wie die oben, die haben doch alle, keine Ahnung, und lügen, so, dann wird mir da mal kurz diese Dialogzeile eingeblendet und würde sagen, okay, aber es ist ja irgendwie auch mehr, also das meine ich eben, wenn, oder ich weiß gar nicht, ob ich es hier jetzt schon gesagt hatte, sind die Filme eigentlich quasi einfach nur verboten, sie waren fertig, Endabnahme und dann hat man gesagt, nö, wird nicht aufgeführt, schließen wir weg oder ist eben so, mitten in der Produktion das passiert und dann wird eben 20 Jahre später setzt sich nochmal einer hin und schneidet da noch ein bisschen fertig, so wie er das am ehesten für machbar hält, wenn der Regisseur noch dabei ist, selbst der hat 20 Jahre später eine ganz andere Meinung und dann haben wir noch einen fertigen Film bekommen oder, also welche, welche Sache ist das und hier ist eben das Problem, dass eben nicht nur diese herausgeschnittenen, herausgenommenen Szenen mal mit Text überspielt werden, sondern dass eben auch immer wieder mal einfach das mit dem Ton Teilweise war für uns gar nicht immer transparent, was ist jetzt nochmal rausgeschnitten worden, es war einfach nur klar, okay, da fehlt jetzt einfach gerade die Synchrospur und deswegen läuft das jetzt gerade so weiter, es war ja teilweise mitten innerhalb einer ungeschnittenen Einstellung, pausiert das kurz, zweimal oder noch drei Mal sogar, ist gar keine, also ich glaube, wir müssen, also selbst wenn du mit dem Regisseur hier sozusagen live parallel sitzen würdest, würdest du einfach nur merken, es ist ein riesiges Durcheinander, ja, das wollte ich so, den nicht so, oh, das haben die jetzt aber ganz komisch verdreht, das wollte ich zwar so, aber das haben sie falsch verstanden, es ist ja so, also wir haben ein kurzes Interview, das auch auf der DHD drauf ist, Ice Storm hat diese Box rausgebracht, nur mal kurz erwähnt, vielen Dank, dass wir die haben dürfen hier und uns euch hier erklären können, also er beschreibt, dass der Film war so weit fertig, dass er gezeigt werden konnte, da sei jetzt aber nochmal vorausgeschoben, er hat schon massive Einschränkungen beim Drehbuch bekommen, es gab einen Haufen von Szenen, die sind ihm schon beim Drehbuch um die Ohren gehauen worden. Also der O-Ton war tatsächlich fast, die wurden rausgerissen. Ja, nee, der war so, genau, und das meinte auch so, und es ist auch so, dass jetzt die rekonstruierte Fassung nicht nur versucht hat, also die Fassung, die bevor sie verboten worden ist und versucht worden ist, noch was zu verändern, um das Verbot abzuwenden, noch zusätzlich auch die ursprüngliche Drehbuchfassung zu rekonstruieren, und da wird es natürlich wirklich kriselig, weil Drehbuch und Film sind ja immer zwei verschiedene Sachen. Das sind sie so oder so, ganz genau, und das wird mir jetzt gerade erst bewusst, aber das ist so, du weißt, dass das steht zwischendurch aus dem Szenarium gestrichen. Wir können es mal kurz beschreiben, was vielleicht ganz interessant ist und auch diesen, die, die, so die, ja, diesen Ansatz von diesem Film, glaube ich, ganz gut auch beschreibt. Also da gibt es diese Lampe, die, wenn man sozusagen sie auf den Menschen richtet, wenn er gerade in Lüge ist, schwebt er, wenn er, wenn er wahr ist, wenn er ehrlich ist, dann bleibt er stehen. Und das kommt der Adam mit seinem Papa gerade vorbei, wenn Soldaten vereidigt werden. Und beim Vereidigen geht es ja darum, sozusagen sein Leben, dem Vaterland sofort und jederzeit. Also in dem Interview sagt er irgendwie, dem Sozialismus zu opfern. Ja, naja, so wie das halt ist, halt für den Staat. Und das schwören die ja gerade, ich sterbe für mein Vaterland. Und dann leuchtet er mit der Lampe und die ganze Kompanie geht in die Luft. Weil das so, ich hätte diese Szene übrigens gerne gesehen, überhaupt diesen Gedanken, also quasi, ich stelle mir jetzt einfach nur in der Welt, in der Virtuosität, wie sie Genet bei Amelie hat, weißt du, und jetzt greift er so eine Idee auf. Man könnte so herrlich, man könnte quasi sehr unterhaltsam und trotzdem sehr kritisch das erzählen. Das wäre ganz menschlich, ganz warm und manchmal auch ein bisschen provokant. Und diesen Film gibt es aber hier nicht, sondern es gibt die Fragmente davon. Und gerade diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, die taucht überhaupt nicht im Film auf, weil sie ja schon aus dem Drehbuch getilgt worden ist. Und jetzt beschreibt Egon Günther, dass nach dem Verbot es sowas gab wie, ja, ihr könnt natürlich noch versuchen. Und dann schmeißen die sich da auf ihren Schnitt und fangen an, daran rumzuspielen. Und ich glaube, dass der Punkt vielleicht ist, dass sie als allerletzten Schritt wirst du immer die Nachsynchronisationen haben. Und ich nehme an, dass man erst mal den Film quasi soweit fertig schneidet, weil der Ton wird schon auch am Set aufgenommen, ist nur halt meistens nicht zu gebrauchen, weil es rattert und strönt, schrauscht und so weiter. Und dass sie dann quasi beim Nachsynchronisieren dann schon angefangen haben, den Film hinzubiegen, dass es besser passt. Egon Günther beschwert sich doch doch auch über ein, zwei Sätze, die ihm dann aufgedrückt worden sind, die da jetzt gesagt werden müssen, die besonders parteikonform waren. Und jetzt wird das irgendwann abgebrochen, weil funktioniert gar nicht und dann wird der Film weggeschlossen und wird wirklich quasi erst 1990 wieder rausgepult nach der Wende. Und ich glaube, das wird einfach ein einziges Desaster vor den Rekonstrukteuren dort gelegen haben. Quasi unvollständige Synchro-Teile. Teilweise nicht mehr zu erkennen, warum ist jetzt in dieser Szene mittendrin was rausgeschnitten. Hier liegt noch das andere Ende. Setzen wir es jetzt einfach ein oder und dann kommt genau das, was du beschreibst oder war das einfach eine künstlerische Idee? Traue ich dem sofort zu, dass er sagte, ach, lange Kamerfahrt, schön und gut, aber da schneiden wir einfach ein bisschen Stück raus. Also die Attitüde hat der Film. Also hier wäre wirklich so dieses, was man manchmal vielleicht als Fact-Track kennt hier, so eine Untertitelspur mit die Fakten vermittelt und dann immer so, so jetzt sollte eigentlich dieses passieren oder das ist jetzt so und so und hier blablabla. Das wäre, hier würde ich das glaube ich mal nutzen, tatsächlich intensiv. Aber ich glaube nur, weil es das glaube ich die Sehhaltung verändert, wirklich retten, wird es das Seherlebnis? das Seherlebnis im Sinne von, wir gucken uns jetzt einen unterhaltsamen Film an, ist hier, ich glaube, das ist natürlich möglich mit Bio oder sonst was, aber ich in dem herkömmlichen Sinn, nein, dazu ist das eine zu wissenschaftliche, es ist jetzt auch nicht hoch, höchst wissenschaftlich, das ist auch Quatsch, aber es ist halt, es ist nicht ganz einfach normal, sich hinsetzen und Film gucken. Und auf einer Metaebene, und das ist natürlich viel verlangt, aber auf einer Metaebene darfst du wirklich der Zerstörung, den Resultaten der Zerstörung zuschauen, die das angerichtet hat, dass die dieses Plenum durchgeführt haben und einfach im wahrsten Wortsinn ein Kulturkalschlag vorgenommen worden ist. Und das ging halt nicht spurlos. Es ist wirklich, es ist ein Luxus, dass es einige Filme von den vielen gegeben hat, die tatsächlich auch heute noch so vollständig funktionieren. Du wirst sehen, dass das bei Kala und Spur der Steine geklappt hat. Wir haben erlebt, dass das bei Das Kaninchen bin ich und Denklos nicht, ich heute funktioniert hat. Beim Frühling auch, Frühling braucht Zeit. Ja, genau. Und jetzt haben wir einfach mal ein Beispiel, wo es scheiß ist. Faut einfach nicht mehr hin. Also weil ich habe mich ja teilweise auch mal gefreut für die Regisseure, dass sie das erleben dürfen. Dass sozusagen, wenn auch sehr spät sozusagen, der Frühling braucht Zeit halt wortwörtlich, dass das passiert. Übrigens auch hier wird diese Dialogzeile, gibt es wieder als Dialog, wenn du groß bist, lieber Adam. Ja. Zum Schluss. Also auch dieser Film. Aber wenn als dieser Adam groß war, ja es wird ja auch einmal vermutet, dass man in 50 Jahren vielleicht unter Wasser lebt. Ja. Und so ein kleines bisschen ist das so. Wir gucken das tief, tief weit unter Wasser. Es ist viel zu viel Druck drauf. Und die Sicht ist schlecht. Ja. Ja, also, ähm, okay. So, jetzt haben wir diesen Teil wahrscheinlich irgendwie abgehakt. Also das ist, lass mal versuchen, trotzdem zum Inhalt irgendwie zu kommen. Wir lassen über Farben reden zum Beispiel. Das ist aber was für ein Vergnügen, oder? Ja. Orphokolor in ganzer Pracht. Ja. Rote, knallrote Pullover. Knallrote Schneider. Oder blau. Also blau, rot und grün waren dann immer noch die Sachen, die besonders geil so gingen, auch auf den frühen Farbmaterialien. Und das wird hier teilweise so knallig benutzt, dass man, also, eigentlich immer wirklich, ja, ich, surreal, vielleicht weiß ich gar nicht, so hyperreal. Also, das ist ja schon die Realität, aber, also die Kamerawinkel und die Farben, die betonen einfach eine gewisse Künstlichkeit. Also wie man sie heute aus Wes Anderson-Filmen kennt eigentlich. Also genau, das war auch so, ja, vielleicht irgendwie so das, was ich bei David Lynch irgendwie so ein bisschen erwarten würde, vielleicht alles ein bisschen düsterer bei Lynch, aber so dieses, ja, warum passiert jetzt das auf einmal? Wieso haben wir jetzt die Szene gewechselt? Und, äh? Also nicht so bedrohlich mysteriös, aber irgendwie so ein bisschen, Moment mal, ich habe da eine Frage. Ja, aber wirklich so, wie man vielleicht bei den Tiefseetauchern manchmal alles in gelb und blau getaucht hat oder in Budapost Hotel alles pink einem flauschig erscheint. Das ist einfach, wenn man einfach sich auf eine bestimmte Farbpalette beschränkt und vielleicht sogar sehr stark beschränkt und hier in dem Fall durch das Orvokollor eben das Rot ins Gesicht springt, äh, entsteht eben so eine, so eine hyperreale Atmosphäre, die ich sehr mag. Äh, ich finde auch den, den Adam zum Beispiel, äh, mit seinen, mit seinen Klamotten und so, also das, der, 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 der sticht immer schön raus. Ähm, ja, ich merke gerade, ich wollte jetzt schon gleich wieder fließend übergehen zum Schauspiel. Vielleicht noch was zum, zum Visuellen. Ich mag auch, also es gibt ja dann immer haufenweise Szenen, in denen Menschen empor gehoben werden und im Großen und Ganzen ist das, äh, auch sehr sympathisch getrickst. Also halt immer mit, äh, meist gut versteckter Schnur und, äh, interessanten Kameraperspektiven und manchmal hat das wirklich was Entfesseltes. Kennst du 8,5 eigentlich? Hab ich nicht gesehen. Naja, okay, weil da gibt es auch so eine, so eine schöne Anfangsszene, in der, äh, Marcelo Mastroianni, so, äh, der, der, der Realität so ein bisschen entschwebt und, ähm, und da hier musste ich auch so dran denken, das hat sowas so, weißt du, so dieses, der Alltag ist eh schon so, so, äh, stilisiert und dann kriegt das wirklich nochmal so wortwörtlich, wird das nochmal so enthoben und, äh, wenn zum Beispiel die, wie, wie, was ist denn das? Warum fliegt denn eigentlich die Freundin vom Rolf Römer einmal hoch? Ja, weil sie nein sagt, liebst du nicht? Ach so, sie, ah, ja, wie schön. Das finde ich eine total tolle Szene, ist so nachts im Park, der auch so ganz künstlich mit bunten Licht beleuchtet ist. Ja, und Manfred Krug schmettert, there is a house in New Orleans. House of the Rising Sun heißt es natürlich, äh, auf Deutsch. Das wäre was, wo ich viel eher gedacht hätte, sowas, so ein Lied werden die doch nicht zulassen. Und das ist doch. Und das ist doch eine bemerkenswerte Szene. Ich finde, das ist so eine von den Szenen, die im Großen und Ganzen scheinbar, äh, die, die, die Eingriffe überlebt haben. Und die mag ich sehr gerne. Ja, aber also, das ist zum Beispiel für mich so dieses, äh, was ich tatsächlich so ein bisschen als Problem finde, oh, das sind aber ganz schön viele Figuren und ich weiß gar nicht, ob ich mich den jetzt so mitfieber, äh, die Szenen an sich, ja, wirklich toll, so in sich geschlossen auch und wie die vorher da erstmal tanzen noch. Ja, herrlich vor den Autos umher tanzen und das Auto ohne, ohne Fahrer trotzdem fährt, wie geht das nur? und dann eben da ins, ins Grüne fahren, wo schon die ganzen anderen Pärchen sich verlustieren. Äh, das ist schon, ja, sehr, sehr humorvoll, sehr, sehr schön anzusehen. Aber natürlich völlig überraschend, weil wir sind, so richtig stark sind wir eigentlich nie bei Adam, äh, er verschwindet auch eine gewisse Weile. Ja, und in dem, in der Stelle zum Beispiel, dann kommt halt, äh, die, die, die Frau vorbei und leiht sich die Lampe aus, um das mal mit ihrem Liebhaber zu prüfen und plötzlich sind wir fünf Minuten weg von Adam. Was bei 70 Minuten lautet? Ja, also er leiht sich die Lampe aus, für, um sie zu testen. Das ist wohl wahr. Aber sie leiht sie sich später mal aus? Ja, sie nimmt sie, sie kriegt sie nachher geschenkt und sie schmeißt sie dann auch weg, wie alle anderen, die auch diese Lampe wegschmeißen. Genau, wie sie diesen Strang mal kurz erzählt haben, weil das macht es für mich schon ganz schön rund. Also diese Kindergeschichte möchte ich eigentlich gerne mal lesen, den, den, den runden Kinderfilm, davon eigentlich auch mal sehen, dass der Junge sich dann, nachdem er, äh, merkt, dass das eben auch Unheil anrichten kann, äh, die Lampe auch wieder loswerden möchte. Die Erwachsenen haben zwischendurch erfolglos versucht, sie zu kopieren, hat nicht geklappt, auch sehr schön. Und dann, äh, verschwindet die Lampe einfach dadurch, dass sie wieder dort hingestellt wird, wo, äh, die hundert anderen Lampen schon standen, wo er sie sich zufällig, äh, genommen hatte. Und jetzt ist sie sozusagen, ja, also auch immer noch da, aber jetzt wird sie halt irgendwann jemand anders mal finden. Er kriegt eine normale Lampe und jetzt gibt er anderen Leuten diese, diese, diese Lampe ohne Fähigkeiten, einfach weil die, also manche Menschen einfach so ein Bedürfnis danach haben, sie wollen es jetzt unbedingt benutzen und am besten auch vernichten und loswerden. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass er quasi den Leuten die entmachtete Version in die Hand drückt. Nach dem Motto, er kann das Bedürfnis nicht, äh, äh, abstellen, dass die das halt auch haben wollen, aber er kann wenigstens verhindern, dass sie sich weiter, äh, in Schwierigkeiten bringen. Äh, indem er ihnen einfach eine, eine, eine funktionslose, Ja, und der, der, der Punkt hier ist ja dann, der sich daraus entwickelt, ob die Leute, oder wie reagieren die Leute darauf, ne, die dann wahrscheinlich denken, naja, das ist ja diese Lampe, oh Gott, oh Gott, und gerade bei dem Rolf Römer und der Freundin kommt sie dann wieder zum Streit. Mhm. Kann man schnell lösen, sie schmeißt das Ding in den Zement und dann wird erst mal geknutscht. Und dann wird aber auch wieder getrennter Wege gegangen, ne? Gehen sie voneinander weg? Ja, das hab ich, hab ich jetzt, genau, ist, sie fangen dann an zu streiten. Das sind auch wieder eine Szene, wo ich denke, naja, sollte jetzt eigentlich Dialog zu hören sein, oder, äh, das Bild erzählt ja, dass sie sich streiten. Und das ist übrigens eins von diesen, für mich sehr starken Bildern, ist auch alles in einer Einstellung gefilmt und passiert alles auf einer Baustelle, es ist viel los. Der Film ist übrigens auch nicht nur, nicht nur, dass er in Farbe ist, sondern auch in Cinemascope ist, äh, also, ich finde, ich mag das visuelle Konzept von den Filmen sehr gerne und es gibt Momente, in denen, äh, ich mich wirklich so ein bisschen treiben lasse, äh, so in das Visuelle reinzugehen und dann auch nicht mehr so traurig bin, dass ich jetzt den Text gar nicht so schnell hören kann. Auch der gesprochene Text ist teilweise ganz schön anspruchsvoll. Also, äh, der Günther, Egon, äh, Egon Günther hat auch erzählt, dass er Germanist ist und, äh, auch eine gewisse Schwäche für Schiller und Goethe. Man merkt ihm an, also die Lust am, am, am Schreiben und Fabulieren und, 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 äh, Formen mit Worten, da, da, da klingelt es bei mir manchmal im Kopf, da komme ich nicht hinterher. Ja, ich meine, auch die, die Anfangszen schon allein mit dem Vater, dann Manfred Kucki, Conny und, äh, der Adam da sind und, äh, das Ganze ist das Wahre und eine Sonne ist in allen Sternen und alle Sterne sind die Sonne und, äh, äh, und die bauen dabei die Uhr an. Genau, da wird ordentlich so viel auch ausgefuckt. Da muss ich auch sagen, da weiß ich wieder, warum ich Respekt vor Schauspielern haben, wenn die ihren Text jetzt mal ausländig lernen müssen, auswendig lernen müssen, also, das war schon, äh, ich habe auch so da gesessen, okay, so halb, äh, lass das mal, und dann, also, der, der schön ironische Schlusssatz dann von Adam, ja, ja, vom einen Ohr rein, dann war dann raus. Ja, stimmt eigentlich, warum nicht? Dann war auch schon wieder die Hälfte vergessen von diesen Wahrheiten. Ja, ja, das ist auch schwierig, weil man da ja auch noch nicht weiß, ne, was, was kann man dem Film denn jetzt trauen? Also, meint er das jetzt ironisch, darf, oder bin ich eigentlich gerade aufgefordert, besonders aufmerksam zu sein? Also, letztlich bleibt man eigentlich... Also, er spielt, er spielt damit, finde ich, es ist, er, er macht das schon häufig humorig, aber, äh, sind schon so mindestens dezent unter der obersten Schicht, äh, da steckt schon was hier, wie sie sind, oh, unwiederbringlich verloren, na, sag du das doch nicht, als Materialist, ne, und, also, das ist schon nicht nur rein, um das Effekt, so des Spaßes willen, also, das ist schon... Ja, und drei eingeblendete Tafeln und ein Tonloch später, denke ich so, das ist schon ganz gut, dass wir für den Podcast das gerade machen, wir, für euch, liebe Hörerinnen, ja, wir sind unterwegs in den, in den Gefilden und an den, an den weit entferntesten Rändern der Rekonstruktionsversuche, wir berichten, damit ihr selber vielleicht, äh, eu, ich nochmal gut überlegen können, wann ihr bereit seid für diese Reise, also eine Empfehlung auf jeden Fall, aber es ist nicht ganz ohne. Ja, ich frage mich ja auch, ne, so ein Film, also angenommen, der wäre jetzt fertiggestellt worden, richtig ordentlich und so, ob der dann auf, auf den großen Festivals seine Kreise gezogen hätte. Ich dachte, das ist jetzt natürlich eine totale Spekulation, na, also irgendwie hat, also, wenn ich das jetzt mal so, also ich, ich wage das einfach, das zu bewerten, na, so richtig abheben tut es natürlich irgendwie nicht, also, ähm, es gibt Momente, in denen finde ich den, den kleinen Jungen ganz großartig und manchmal ganz furchtbar, äh, manche Szenen sind toll gespielt, manchmal richtig, boah, das meint ihr das jetzt ernst und dann ist auch der Dialog sehr zotig, ne, da hab ich fast so das Gefühl, hatten die jetzt in der Rekonstruktion jetzt irgendwie Spaß bei der Synchro oder ist das wirklich so im Drehbuch? Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden fast eins zu eins versucht haben, das Drehbuch, äh, umzusetzen, wenn es den Ton nicht mehr gab, ne, so wirkt diese Rekonstruktionsfassung ganz nah am, am Text zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass der Egon Günther das auch in dem Moment befürwortet hat und doch ist das natürlich, es ist ein absurder Prozess, weil natürlich jeder Text erstmal zum Leben erweckt wird im Drehprozess und im Schnitt dann nochmal fein geschliffen wird, wenn man das im Nachhinein eigentlich wieder zurückbaut auf das Drehbuch, auf den Text zurück, haut das eigentlich nicht hin, ne, das ist ja auch der Grund, also ich glaube, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich jetzt immer so wenig Lust habe, Text zu lesen bei Filmen, so, das ist eigentlich wirklich eine, also es kommt vom Text und geht ins bewegte Bild, ins Spiel und wenn du von dem wieder zurückgehst zum Text, geht auf einfach was, also das ist so wie übersetzen in eine andere Sprache und wieder zurück, es haut halt nicht mehr hin, also es ist schon irgendwie das Gleiche, aber nicht mehr dasselbe, oder, das, ja, 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 wie ist denn für dich die, die Episode mit den Filmleuten? Oh ja, spannend, schön, dass es sich nochmal reinbringt, ja, Adam kommt nach Hause, die Haushälterin sagt, oh, hier ist volle Hütte und ich gehe jetzt erstmal Bier holen, aber wenn das so fertig wüsste oder irgendwas sagt er da, kommt dann rein, da sitzen halt Leute, die den Film über diese Taschen abdrehen wollen und, äh, eigentlich beginnt dann eine kleine Farce. Also für mich, das ist für mich zum Beispiel sowas, wo ich denke, okay, das hat jetzt, diese Szene ist an sich überhaupt nicht entscheidend für die Handlung, für das Weiterkommen des Films und wirkt dann bei mir, wirkt dann bei mir, dass ich mir denke, okay, der Film ist ja auch allgemein jetzt nicht unbedingt, dass wir hier diesen roten Faden, der sich natürlich irgendwie ein bisschen durchzieht, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht um, das macht dieses Surreal auch so ein bisschen aus und dieses, äh, verschroben eigene, äh, durchaus unterhaltsame, also diese Szene an sich finde ich an vielen Stellen unterhaltsam, manchmal ein bisschen, Ja. Also, ja. Ja. Also, auf jeden Fall denke ich auch, huch, wo bin ich jetzt gelandet, so, ne? Also, so wie das verwirrend ist, mit dem Liebespaar plötzlich so viel Zeit zu verbringen, so ist es irritierend, dass da sich diese, diese seltsame Szene entspinnt, ähm, in der ich mich freue, dass da manche Sätze ganz schön gut sitzen, ähm, ich muss aber da jetzt auch mal mitnehmen, das will ich jetzt nicht nur, also klar, man könnte sagen, ja, ich kann mir das halt nicht so gut merken, aber ich fürchte, dass viel von dem, was dort am Dialogwitz, äh, auch bemerkenswert ist, das verflüchtet sich auch extrem, also ich, ich weiß das schon gar nicht mehr genau, über welche Sätze ich da so geschmunzelt und dachte, ah, ganz schön clever, also, ich würde jetzt, im, äh, im Fazit weiß ich noch, da, da blieb jetzt nicht viel Gutes dran, an dem Gebaren, das jetzt für die, für die, für die Fernsehkameras oder die Filmkameras zu inszenieren, ne, also, sie waren auch mehr damit beschäftigt, zu inszenieren, als die Wahrheit abzulichten, kein Wunder, dass die bald schon in der Luft waren, dafür musste er noch nicht mal die Lampe anmachen, die sind von, ah, das ist interessant, ne, der hat sich alleine in die Luft befördert, einfach, weil die so irrwitzig sich was zurecht gelogen haben, die hatten, ja, die sind quasi, aufgrund, äh, wegen der Wahrheit sind sie ja dorthin und haben dann eigentlich kaum was damit im Sinn gehabt, äh, also, ich merke gerade, dass das so retrospektiv total schön ist, ähm, während des Films sorgt das natürlich dafür, ich muss mich erstmal umstellen, ein Haufen neuer Figuren, also, wirklich sehr herausfordernd, ja, weswegen ich übrigens denke, vielleicht ist das gar nicht so weit weg vom Kinderfilm, weil, das, was wir als Erwachsene manchmal eher so, äh, als unsortiert empfinden, begeistert Kinder oft sehr, so diese Episodenhaftigkeit, der führt dann auf jeden Fall dazu, dass man immer mal wieder so einen kurzen Abschnitt dann eben darin unterhalten wird, ohne dass jetzt, auch wenn das Gesamtkonstrukt dann vielleicht nicht so ganz, äh, zusammengehalten wird, äh, aber ich denke mir halt spätestens, wenn es dann so in die Fabrik geht und da so Dialoge darüber, das mag vielleicht so einen gewissen Humor, wenn da, kann ich mir vorstellen, dass Kinder auch mitnehmen, die da so erzählen, aber so dieses, die Szene an sich so, oh, jetzt in der Fabrik, warum und, äh. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass da die gerade wieder eben zurück zum Plenum, da die Leute sich richtig erschrocken haben, weil, äh, quasi jede neue Szene bringt ja also eine neue, absurde Blüte des real existierenden Sozialismus, ne, und, äh, ist eigentlich eher sowas zum Abgewöhnen und der Gedanke, dass sich das vielleicht öfter jetzt auch an Kinder eigentlich gerade richtet, muss für die ein Albtraum gewesen sein, die, die schon Angst hatten vor den aufbegehrerischen Jugendlichen, jetzt noch einen Film, der solche Gedankengänge bei den Kindern reinsetzt, das ist ja, oh, Also das, das absurd herrlichste ist ja wirklich dieses, warum wird denn hier eigentlich gefeiert? Ja. Der Minister ist da, dann kommt der Minister und fragt, warum wird denn hier gefeiert? Ja, da reden wir natürlich nicht. Dann kommt die nächste, warum wird denn hier gefeiert? Ja. Ja. Schönheit, äh, äh, ja. Und, und davor, die Säden, wenn der Minister kommt im Auto, der Minister macht die Autotür auf und der Direktor macht jetzt mal die Tür, knallt die nochmal zu, um ihm sie dann zu öffnen. Das fand ich, also das war, ist für mich so eine ungeheuer gelungene Szene über diese völlige Blödsinnigkeit von, von Protokollen und, äh, so hat es abzulaufen und, äh, funktioniert ohne Worte, ist halt zwei Sekunden. Also das war, glaube ich, ist mit, da hätte ich am liebsten noch einmal kurz geklatscht. Also ich sag mal, ähm, wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, solche Momente wie, das Filmteam will berichten und ist eigentlich eher mit Lügen beschäftigt, das Liebespaar, wo es ja ständig darum geht, sagst du eigentlich die Wahrheit, ne, ist alles wahrhaftig und so. Das sind eigentlich sehr folgerichtige Szenen in diesem Film und da machen die Figuren eigentlich auch total Sinn. Wenn ich aber retrospektiv auf die Figur von Manfred Cook schaue, ne, es steckt da ja eigentlich ganz viel drin, das ist ein, ein, ein Pastor, richtig? und, ich glaube, Seelsorger sagt, ja, er scheint, er wirkt ja auch unkonventionell, weist ja auch mal drauf hin, der Luther hat ja gesagt und so, also, sag dir nicht beschissen, jetzt komm ich nicht mit Luther. Oh, da hast du mir auch einen zuvor genommen oder so, ist mir zuvor gekommen. der, ich weiß gar nicht, was das Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnis Also offiziell Onkel, Onkel Conny. Und der hat eine Freundin. Er ist 20 und die hat es nicht so mit der Kirche. Ja. Und? Und wo geht das hin? Und warum grinst mich die einmal an und zwinkelt mir zu? Naja, also das ist ja, wenn man für die Kugler mit ihr da weggeht und in der Arcade, also ich glaube, das ist auf dem Marktplatz. Wolltest du jetzt eigentlich ein Rat? Hört man noch so, halb aus dem Off von, von, von Sepp, dem Vater von Adam. Wolltest du jetzt ein Rat? Ja, nee, ich wollte es nur mal sagen. Und dann sagt der ganz bisschen so, aber es ist ernst oder irgendwie sowas. Aber ich verstehe so, ich warte die ganze Zeit drauf, dass der mal mit dieser scheiß Lampe konfrontiert wird. Es gibt ja so eine Szene, wo man die ganze Zeit drauf wartet, dass da jetzt was gefragt wird, dass der Papa mal leuchtet oder so. Passiert komischerweise nicht oder verpasse ich gerade irgendwas? Der wird nicht involviert in die Lampensache, oder? Nicht, also nicht so, dass er selber mal das benutzt, um mal was, also entweder, weil da was gefragt wird und zum Schweben gebracht wird oder jemand anderen. Ja. Und, also das fällt mir jetzt gerade nur auf, weil natürlich alle anderen sind ja sonst irgendwie, kommen ja quasi mit dem Lampengeschäft in Berührung. Und, wollen die entweder ganz schnell loswerden oder ganz dringend mal benutzen. Also, da merke ich gerade so, schade, das ist so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ziellos. Also, weil ich unterstelle dem Film schon ganz schön viel Absicht in all seinen, scheinbar auf den ersten Blick verwirrenden Auswüchsen. Aber da führt es für mich irgendwo nicht, ja, kein Ziel da. Ja, die Religion braucht sich dieser Sache nicht still. Du, ich meine, ich traue Egon Günther zu, sowas bewusst zu machen, dass, also, quasi so einen unterschwelligen Suspens, so, was wird das mit dem sein? Und dann läuft es einfach ins Leere, so, ne? Aber, er offenbart sich ja, oder er öffnet sich ja dem September gegenüber, ne? Also, dem Vater. Hast du dazu eigentlich eine Deutungsidee? Worum heißt der September? Also, es gibt ja so einen tollen Moment, wenn die Filmemacher fragen dann, also, wie heißt du nochmal? Adam. So. Und dann lachen alle, bis auf Fred Del Mar. Und dann fragt der, wie heißt dein Papa? September. Und dann lacht nur Fred Del Mar. Ich lache auch, weil ich das irgendwie absurd finde, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Warum lachen die anderen jetzt eigentlich nicht? Ja, weißt du auch nicht. Ne, ne. Ja, das ist wieder das, wo ich dann auch denken würde, naja, könnte tatsächlich so eine Kindersache sein, dass man irgendwie so einen sprechenden Namen nimmt. Aber September ist jetzt im Herbst oder im Spätsommer angekommen. Weiß ich nicht. Oder ist halt, ah, komm, klingt gut, machen wir das halt ein kleiner Gag. Und der andere heißt ja auch hier irgendwie Eisendings da und Ehrenreich. Und wie sie nicht, sich da alle nennen. Ich bin auch sehr stark, dass Günter Simon, der Minister Simon ist. Das ist mit Sicherheit auch kein Zufall. Ne, natürlich nicht. Sag mal, das war der Mann aus... Frühlingbruchzeit. Richtig, genau. Der Fahnenjäger. Richtig, ja. Ja, also, also bei, bei, na, Hände hoch oder ich schieße, hatte ich ja auch ab und zu mal so dieses, ne, oh, es sind ja auch schon wieder Figuren und warum ist jetzt die Figur auch noch nur so ein, für eine Szene ein Gag und so. Ich meine, hier sind die jetzt nicht für den Gag, laufen die nicht noch unbedingt auf. Außer vielleicht das Filmteam. Aber beim Filmteam steckt eigentlich auch ein bisschen was dahinter. Deswegen ist es auch nicht richtig. Also der, der weiß schon, warum er seine Figuren da reinholt. Aber natürlich sind nicht alle jetzt so von der Ultratiefe geprägt. Das ist ja auch klar. Ne, und natürlich gehört, also, der ganze Film hat schon auch einen, es ist ja eigentlich das, was man Wes Anderson auch mal vorwirft, dass durch die starke Stilisierung, und dass die sich eben auch auf die Form, wie die miteinander Figuren interagieren, dass es eben mehr darum geht, wie sie gerade im Bild stehen und wie sie schauen und dass manchmal ein Satz eher geschwollen oder künstlich wirkt. Das sorgt schon natürlich dafür, dass nicht immer das so mit der Empathie so klappt. Also ich bin total froh, dass es so zwei, drei Liedmomente gibt, weil ich merke, dass das meinem Herz hilft, da so auf so eine Gefühlsebene zu kommen. Ich bin ansonsten sehr kopfig dabei. Ich denke, oh, was für ein tolles Bild oder ein genialer Satz, aber ich bin nicht so, das Herz pocht nicht. Und das ist natürlich schade. Ich merke, dass das Herz ein kleines bisschen pocht in dieser Stelle, wo die Frau sich noch mal die Lampe holt, so, um selber jetzt noch mal so zu gucken. Da merke ich so, also, ja, interessanterweise die Stelle, also dieses Liebespaar, das ist vor allem diese, die Manfred Krug-Deutsch-Version von House of the Rising Sun, genau, das hat der Sache einfach geholfen, so. Und es ist ein toller Moment, wenn der Junge eben mit seiner, ähm, äh, neuen Lampe, oder ist das noch die alte Lampe, das weiß ich gar nicht mehr, wenn er so losläuft, äh, und über die Brücke läuft, und irgendwie so unterwegs ist. Aber auch das ist natürlich ein wenig ziellos, weil ich hab leider schon wieder ein bisschen vergessen, oder ist er auf dem Weg, um sie loszuwerden. Scheiße. Lauf so lang, ne? Ja. Ne, doch stimmt, das ist der Moment, wo er das Gefühl hat, dass das ein bisschen außer Kontrolle gerät, und sich da mal kümmern muss. Ähm, und ich muss mir jetzt mal einfach reinwerfen, es gibt dort ein Bild, das find ich unendlich geil, werd ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr da bei Facebook, äh, das mal sehen könnt, äh, wenn ich das nicht irgendwo anders im Internet finde, rupfe ich das aus der DVD raus, wenn der Junge, der, genau, der ist mich gerade gelaufen, und dann bleibt er so ein bisschen stecken, nämlich in einem Meer von Schafen, Ach, dieses Schafding. mitten im Neubaugebiet. Und das ist, äh, eine wahrhaft verzwickte, eine, eine ausweglose Situation, oder was sagt der Sprecher da? Genau, und was heißt das? Also, die DDR ist ein Haufen Schaf. Und dann kommt, nee, vorhin kommt dann noch ein Schafbock und hüpft auf das andere Schäfchen rauf, ganz zum Schluss. Herrlich. Aber das ist doch ein irrsinniges Bild, oder? Ja, und ich glaube auch das Bild, das Bild direkt davor war auch schon so eins. Es sind irgendwie zwei, drei Bilder so direkt hintereinander und das ist dann der Gipfel, dieses, was ist gerade passiert? Also das ist auch so ein Ausdruck eigentlich für diesen Film. Da sind Hochhäuser, da ist Adam in seinem roten Pullover und um ihn herum sind Schafe. Und es ist eigentlich, wenn man das so an die Wand klatschen würde, dieses Bild, und dann stehen die Leute davor, was will man, warum? Aber ich meine, es verfehlt halt nicht seine Wirkung, das brennt sich drauf. Das hat in der Produktion wochenlange Vorbereitung gebraucht und wahrscheinlich einen halben Drehtag geschluckt, da die, vielleicht sogar im Ganzen, das zu organisieren zum richtigen Zeitpunkt. Also ich bin da von sowas immer so, also ich bin immer dann, also so geht man das übrigens ganz oft bei Terry Gilliam-Filmen, dass ich denke, wow, was gerade unfassbar Verrücktes geht gerade in diesem Bild ab, aber ich habe gerade nicht so richtig ein Gefühl dazu und verdammte Scheiße, ist das nicht die Aufgabe vom Filmemacher dafür zu sorgen, dass ich jetzt auch noch empfinden kann, was los ist und dann denke ich, nee, das ist eher so eine intellektuelle Form des Filmemachens, die total sinnlich, also die mit lauter sinnlichen Elementen arbeitet, aber dabei trotzdem so auf der Kopfebene bleibt. Das ist das, glaube ich, das macht mich manchmal ganz fuchsig bei Terry Gilliam, also das sorgt wirklich dafür, dass ich vor Brasil sitze und immer, ich möchte immer sagen, Meister, ich weiß nicht genau, was ist denn da los, fährt er die ganze Zeit mit Handbremse, Vollgas und so geht mir das hier manchmal auch. Also dieses Bild, dann auch der Hubschrauber mit dem Strommast und dazu die Stimme, das spielt in der Stadt, über die dieser Hubschrauber gerade fliegt. Naja und der Strommast ist nun mal wie ein Kreuz. Ich meine, das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, der in dem Film eben vorgibt, also wir haben den Seelsorger Manfred Krug, wir haben dieses Kreuz am Anfang, wir haben, wenn dann, also ich rollführe, wenn man seine Freundin in dieses lauschige Plätzchen zurückzieht, das ist doch schon, dass diese Steinkreuze der orthodoxen Kirche, so diese zwei Schriftdinger, also das ist auch noch so ein Punkt, ich denke, dann haben wir darüber resigniert, ob das mit der Religion, die halt das nicht braucht mit der Taschenlampe oder die dann nicht beleuchtet wird, das war so ein Punkt und dann habe ich auch überlegt, was dieser Bezug zu Frankreich immer wieder, also dass wir einmal, seit wann ist das so? Seit 1789, 1789, französische Revolution, dann ist Robespierre, der angeblich immer die Wahrheit gesagt hat, wo man sich dachte, Moment, Robespierre war doch einer von denen, die nachher auch alle mit der Guillotine weggefeuert haben hier und dann habe ich so angefangen, okay, vielleicht ist da auch nochmal so eine Linie, die sich da so durchzieht, aber ich kriege sie leider nicht bis zum Ende gewoben, aber das sind so Punkte, wo ich dachte, okay, das ist mit Sicherheit kein Zufall, dass 1789 und Robespierre hier erwähnt werden, wenn auch in völlig unterschiedlichen Szenen, aber das ist für mich, das waren so Triggerpunkte, ich dachte, okay, da muss irgendwie noch was, da hat er sich was beigedacht und wenn 1789 einfach der Aufstand der Bürger ist gegen die Obrigkeit oder solche Sachen. In den 60ern hat ja Egon Günther, wie wir erfahren haben, in Ungarn gesessen und das Ding geschrieben. Ich sagte, in dem hat es gebrodelt. Der hat Revolution da reingeschrieben, bis der Arzt kommt und es kam leider das Plenum vom ZK und hat ihm das alles wieder weggerüstet. Also das wäre ja vielleicht eine Lesart, ich meine, schon ein bisschen jetzt, das müssen wir nochmal genauer in der Szene gucken, eben gerade mit 1789, also wenn man sagt, aha, 1789 war die Revolution, das war doch so viel Tolles gebracht und dann kommt eben, naja, das Ergebnis ist aber halt irgendwie Robespierre und das ist jetzt auch nicht so toll gewesen oder nicht das, was wir uns vielleicht erhofft haben in vielerlei Hinsicht. Also dass es eben schief gehen kann und das dann wieder zu übertragen auf die Jetzt-Situation. Wobei die ja auch genug eigentlich konkret bloßgestellt wird mit diesem ganzen, die da oben sind alle doof und ich kann nur mit Lügen so viel wie ich lüge. Also dieser Direktor, das ist ein Spiel, wo ich denke, ja, wie geil. Also finde ich auch total ungeheuer lustig. Das kann ja auch so, ja, platt, ja, der muss das natürlich so machen und wie klischeehaft. Aber nein, das wirkt auf mich total gut. Wenn er da so umherläuft die ganze Zeit, ich lüge die ganze Zeit nur. Also mich können sie ja anleuchten, dann müssen sie aufpassen, dass ich nicht wegfliege. Ich bin sofort verschwunden. Ja, das läuft ja immer die ganze Zeit, dieses, äh, ähm, ständig werden Sätze eingeworfen, lauter Wahrheiten werden eigentlich die ganze Zeit ausgesprochen. Manchmal so beiläufig, dass man gar nicht weiß, ob man darüber schmunzeln soll oder ob man so tut, als hätte man es gar nicht gehört. Sowas wie, ähm, naja, Kritikfähigkeit, ich weiß nicht, wie der Satz ist, aber sowas wie Kritikfähigkeit alleine ist noch keine Veränderung. Oder nur weil du, äh, nee, wenn du fähig bist zur Selbstkritik, ist das noch kein Schritt zur Veränderung. Also, das ist, glaube ich, einer von den vielen Sätzen, die etwas, was im Volksmund eher sagt, würde man ja sagen, das ist schon der erste Schritt zur Veränderung. Und so gibt es einen Haufen von Sätzen, die oft absichtlich in ihrer, ähm, Aussage ganz leicht verändert werden und dadurch eigentlich die, die, die geläufige Aussprache so ein bisschen hinterfragen. Und, ähm, ich finde, dass sozusagen die Fähigkeit, dass du, äh, Lüge von Wahrheit bei den Menschen sofort auf Knopfdruck unterscheiden kannst, das impliziert ja eigentlich wirklich große Veränderungen. Also, weil jeder, der da entschwebt, zum Beispiel wird recht früh schon enttarnt der Straßenhändler, der da sonst was verspricht, der geht sofort, der geht immer weiter in die Lüfte, weil der hört auch gar nicht auf. So, aber, äh, drei, vier, fünf Szenen später ist der immer noch gut im Geschäft, ne? Also, das heißt, Also, was man auch glauben will, ne, als Lüge. Und das muss ja eigentlich das permanente, unterschwellige Gefühl in der DDR gewesen sein. Also, es war eigentlich für alle immer relativ klar, was nicht okay ist und, äh, das hat aber eben nicht sofort zu diesem, äh, Umbruch geführt, sondern eher zu so einer unglaublichen kollektiven Verdrängungsleistung. Also, Also, ich überlege auch gerade hier, wenn, wenn, wenn ja die Frau, also, wenn sie aus dem Auto heraus, wenn der Adam die Frau anleuchtet und die, ja, was schreiben wir denn? Notlüge. Ne, streich das mal lieber. Die waren 100 Jahre unterdrückt. Also, die waren auch höchstens 40 Jahre unterdrückt. Und weißt du, das ist der Grund, warum das Kind die Taschenlampe loswerden muss, weil, das meint, glaube ich, dieses, wenn du groß bist, lieber Adam, ähm, der, als Kind ist das eine Überforderung, das so zu unterscheiden. Und er ist nicht in der Lage etwas, also, das, was er sichtbar macht, das ist doch so typisch, Kinder machen etwas sichtbar, aber nicht die, nicht, also, man darf ja dann dankbar sein, dass die Kinder es sichtbar machen, aber es läge jetzt schon in der Hand der Erwachsenen, das zu verändern. Aber er trifft ja ständig auf Erwachsene, die überhaupt nichts verändern. Also, gibt da irgendeinen Erwachsenen, der in der Lage wäre, mal... Und man versucht sich dann eher diese Wahrheit, an die man vielleicht auch fälschlicherweise glaubt, oder glauben möchte einfach, um das zu verdrängen, äh, das wird jetzt versucht, ihm zu sagen, naja, du, das ist halt trotzdem so. Also, ja, du hast schon irgendwie recht, dass es falsch ist, aber wir machen es halt trotzdem. Also, das sind ja, ne, das ist vielleicht auch eine Stärke von dem Film, dass er keinen ausnimmt aus dieser Kritik, dass jeder lügt halt irgendwie, ne, ob Notlüge, also, Vati, ist das jetzt deine zweite, nee, das ist doch schon deine sechste Säge, nein, meine zweite, plupp, fängt da an zu fliegen. Damit geht das Ganze, glaube ich, los. Und dann eben, gerade diese Schlussrede, der Mensch ist eben widersprüchlich, und das ist das, was ihn so liebenswert macht. Und die Frage ist dann vielleicht, naja, wie schlimm ist so eine Lüge, oder bis zu welchem Grad mache ich diesen Blödsinn mit, dass ich da eben glaube, was mir da gesagt wird, und obwohl ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist, was er mir da gerade sagt, wenn er mir dieses Mittel verkauft, aber ich will vielleicht einfach, dass es wirkt, ne, Placebo-Effektion. Ja, natürlich will man das. Man will ja auch nicht ständig in Unruhe leben, oder, also, wirklich, so aus, warum sollte man sich als Bürgerrevolution wünschen? Das ist ja furchtbar. Also, nicht umsonst muss man da vielleicht als erstes an die Gültine denken, und dann all, also, also, das ist halt Krieg so. Krieg will jetzt auch keiner haben. Also, es ist zwar nicht alles toll, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich da jetzt aufstehen müsste von diesem bequemen Sofa. Und lasst uns bitte dafür sorgen, dass diese Taschenlampe verschwindet, weil eigentlich können wir damit nichts anfangen. Der Punkt ist eigentlich so, die versuchen das, aber warum versuchen die eigentlich das nachzubauen? Ja. Ist das jetzt eine super, also, angenommen, jetzt kann jeder den anleuchten, und ich, also, ich finde auch, da ist diese Schlussszene mit dem Simon, dieses, nee, diese Taschenlampe muss vernichtet werden, also, das ist, das gehört doch dazu, dass man das irgendwie, Der schmunzelt ja auch so ein bisschen, als ihm die ganzen defekten Prototypen hingestellt werden, wahrscheinlich ist er eher so auch ganz froh, dass das nicht geklappt hat, und hat vielleicht auch gedacht, ach, wieder so die überheblichen Menschen, natürlich kannst du das nicht kopieren. Was natürlich dann auch wieder diese Frage aufwirkert, naja, funktioniert es halt hauptsächlich in der Hand des Kindes, aber es funktioniert natürlich auch bei anderen. Ja. Ne, und dieses, Ne, vielleicht nur in der Hand von Ehrlichen. Ja, ne, dann hätte der Rolf Römer ja seine Freundin nicht, ermitteln können. Und dann war die ordentlich. Ja, okay, ja, ach man, das hätte ja so gut geklungen. Ne, Tizian kenne ich nicht. Ne, aber das, das gibt mir gerade ganz schön viel, also dafür, dass wir es dann doch schon mit einem stark beschädigten Fragment zu tun haben, ist da ganz schön Wucht drin. Es ist nicht so leicht zu gutieren, weil ne, überhaupt nicht. ganze Knochenstücke oder ein bisschen der dicke Fettschicht dabei ist. Also ich finde auch die Szene mit dem, ja, wer erzieht mich denn eigentlich, Papa? Ne, was genial eingefangen ist, oder genial, aber toll eingefangen ist, einfach, ein bisschen auf Augenhöhe über dem Jungen, der Vater ist nicht zu sehen, also der Vater ist im Anschnitt zu sehen, so die, die Teil hier natürlich und Adam fängt, der Vater, wer erzieht mich denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Anlass gibt, dass das jetzt kommen müsste, ne, also aus dem Film heraus ist einfach für mich eine glaubwürdige Szene im Sinne, ja, sowas werden Kinder auch mal fragen, einfach so, mitten auf der Arbeit, nachdem man ihnen Baguette und Milch gebracht hat. Wer erzieht mich eigentlich? Mutti ist nicht da, du bist auf der Arbeit und naja, ich mach das schon. Das passiert halt so immer nebenbei. Nimm die Hände aus den Taschen. So und dadurch, das wäre jetzt eben diese Einstellung, das ist eben ein bildlicher Gag, der Junge nimmt die Hände aus den Taschen und der Vater merkt, ach scheiße, ich hab meine Hände auch in den Taschen, ich muss die auch mal kurz rausnehmen. Ich merke natürlich sofort in dem Moment, also ich hab mich gar nicht gefragt, warum fragt er das gerade so? Es hat sich irgendwie richtig angefühlt, wie du auch schon sagst und wenn ich jetzt so überlege, naja, der Junge erlebt seine Eltern oder seinen Vater dort auf Arbeit und kriegt dort ja ständig auch das Verhältnis mit, wie quasi Chef dem Angestellten sagt, was zu tun ist oder er, der Vater selber ist ja auch in eine etwas höhere Position, aber das Kind erlebt also quasi Autoritäten, wie Erwachsene mit Autoritäten umgehen und deswegen hinterfragt es eigentlich so, okay, ich merke also, wie ihr euch hier so gegenseitig so erzieht so, wer macht das eigentlich nochmal mit mir, müsstet nicht ihr das auch mit mir machen und wie glaubwürdig seid ihr eigentlich mit euren Erziehungsideen, weil das ist ja so ein Klassiker, dass wir als Erwachsene von unseren Kindern Dinge verlangen, die wir selbst nicht leisten. Oder wenn der Sepp dann eben zu dem Rolf Römer ständig sagt, wann machst du denn deinen Ingenieur, wann machst du denn deinen Ingenieur, also auch so ein bisschen so, so mein Kind, jetzt mach doch mal weiter hier, bilde dich doch mal weiter. Also auch das ist ja eine herrliche Szene mit dem neuen Direktor dann, ich habe doch gar keine Ahnung, kannst du das nicht machen? Oh, Angst ist gar nicht so schlecht, wenn du Angst hast. Also das ist auch so eine herrliche Szene, die so völlig die Handlung nicht weiterbringt, wenn diese Schublade, ja, Dings hat angerufen, ob wir die leere Schublade schon aufgemacht haben. Ja toll, ich merke gerade, das ist vielleicht doch wirklich sehr viel stärker bei mir ein Problem, dass ich es mir so gut merken kann und ich freue mich gerade, wie du diese Sätze nochmal wieder alle rausholst. Also es ist dann so, dass eben der eine Direktor dann ab, der Lügenpol sozusagen, warum weiß ich auch schon nicht mehr genau gerade und der neue Direktor, der so einerseits froh ist, anscheinend, haha, ich habe mehr Macht und meine Frau freut sich da auch ganz doll und dann will er anfangen, erstmal die Sachen hier auf den Kopf zu stellen und erstmal die ganzen Schreibtisch zu öffnen und stellt fest, eine Schublade ist zu und es ist dann so dieses, also wo bei mir dann losgeht, ja was macht man eigentlich so als Chef von der Firma den ganzen Tag, du hast ein Riesenbüro und was hat eigentlich mein Vorgänger hier in dieser Schreibtischschublade und dann kies die Schublade auf und es ist halt nichts drin und die Pointe, also das ist schon humorig, ungeheuerlich und dann kommt eben ein Anruf, haha, ja das war ja mein Vorgänger, er wollte wissen, ob die leere Schublade schon aufgemacht haben, der so genau weiß, dieser Job ist so dermaßen, du bist entweder total gelangweilt oder du bist halt überfordert und weißt nicht, was du mit dir tun sollst, mach ich halt diese Schublade auf, das ist was, was ich sagen kann, da hab ich was geschafft. Genau, und das wird ihm wahrscheinlich dann damals auch genau so gegangen sein und das sind glaube ich immer so diese Geheimnisse, die immer weitergereicht werden, dieses, dieses, dieses Nichts, es ist gar nicht, es ist viel mehr Fassade als eigentlich an Substanz dahinter steht. Ja, Fassade ist auch ein gutes Stichwort, denn bei diesem Direktorenbüro ist der Fensterputzer, der raucht, also der nicht arbeitet, also ständig ist die Aussicht da so ein bisschen versperrt und in einem Moment ist dann der Sepp dann auch rausguckt zu dem rauchenden Fensterputzer, hast du mal noch eine Zigarette und dann, ja, ach ne, ich kann mal eh nicht rauskommen, lass. Das ist schon ganz, ganz toll, ja. Ja, was das alles quasi in einem und demselben Film zu tun hat, das ist, es ist ein bisschen überbordend, Also ich kann mir vorstellen, dass sie da auch, also beim Drehbuch ist ja nicht nur Egon Günther, sondern noch Frau Schulz oder so angegeben, dass riesen viele Ideen so reingeströmt sind und dann, also jetzt meine völlige Mutmaßung ist wahrscheinlich total daneben, aber so, oh ja, die Ideen, lass doch mal rein, ja, du, wir brauchen jetzt aber irgendwie noch so einen roten Faden, der sich da durchzieht, womit wir das alles verbinden, zumindest so halbwegs, also ein bisschen surreal und so hüpfig kann das schon sein, das ist kein Problem, aber so ein bisschen so eine Grundstory sollte schon drin sein, also wenn ich jetzt einen Inhaltsangabe schreiben würde, würde ich eigentlich sagen, eine kleine Adam findet eine Taschenlampe und wenn man diese Taschenlampe auf Menschen richtet, fangen diese an zu schweben, wenn sie lügen. The big adventure goes on. Also mehr würde ich nicht einfallen, weil danach sind so viele Stränge und Sachen und die vielleicht auch gar nicht weitergeführt, wo man sich so denken würde, das jetzt erwähnt, nö, der findet die Taschenlampe, die Taschenlampe kann das, go ahead, make my film. Also das ist so ein bisschen, ich meine, das ist dann auch wieder so, würde ich sagen, wenn er sagt, er ist Germanist und die Taschenlampe bei Kurzgeschichten ist eben so dieses, wir werfen ein Schlaglicht, einmal kurz geht das Schlaglicht an, dann in diesem Schlaglicht passiert ein bisschen was, dann geht das Schlaglicht wieder aus und vorbei ist die Geschichte. Mehr ist es eben nicht. Und so ist eben auch die Taschenlampe, die mal kurz in die Ecken von dem Adam und seinen Begleitern leuchtet und dann geht die Taschenlampe wieder aus. Ja, sehr. Also der hat auf jeden Fall genug Zeug drin in dieser Film oder hat wahrscheinlich vielleicht sogar noch viel mehr drin gehabt. nur kriegen wir es eben leider nicht in der, die Version, die wir uns nun angucken können, ist leider nicht die, die vielleicht die optimale Version gewesen wäre. Ja, aber ich bin jedoch sehr froh, dass es die auf den Bildschirm der Gegenwart geschafft hat und möchte euch auf jeden Fall nahelegen, wenn euch das irgendwie neugierig gemacht hat, dann seid euch gewiss, das ist ein sehr einzigartiges Filmerlebnis und es ist durchaus lohnend. Also ich könnte mir den einen oder anderen eher so philosophischen Kontext vorstellen, wo ich den mal wieder rauskramel, weil so bestimmte Gedankengänge und einzelne Sequenzen bleiben sehr stark hängen. Schön. Okay, ja, dann haben wir also auch mal wieder ein, auch mal ein wenig Farbe in diese Reihe gebracht und wenn wir das nächste Mal über verbotene Filme der DEFA sprechen werden aus diesem Jahrgang, dann wird es sein Spur der Steine. Ja genau, diese Reihe wird weitergehen und aber jetzt ist auch tatsächlich eben die Zeit angebrochen, in der es heißt DEFA-Verbotsfilme von 1965-66 eine Filmreihe im Kino im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock, da wo ich arbeite, da hat nämlich die Uni mal ein Seminar gemacht und wenn ihr jetzt nicht das hier als allererste vorgehört, dann wisst ihr sowieso schon was jetzt kommt und da laufen eben fünf dieser Filme, die damals verboten worden sind und es geht jetzt eben am Dienstag los am 5. April mit Das Kaninchen bin ich um 19 Uhr den Dienstag darauf geht es dann weiter und dann geht es immer weiter und wir werden jetzt da wir ja die ersten beiden Filme das kann ich immer nicht und denke bloß nicht heute haben wir schon besprochen vor ein paar Folgen müssen wir mal so ein bisschen zurück scrollen werden wir bei den Vorstellungen anwesend sein also ich bin ultrascharf drauf die beiden Filme noch mal im Kino zu sehen gerade bei Denk bloß nicht ich heule Kameramann Herr Ost und seine Bilder da einfach mal zu genießen mich davon um nochmal wegblasen zu lassen und es wird natürlich eine Einführung geben eben weil es ja ein Seminar war an der Uni werden die Studenten da was sagen und hinterher sind eben auch Gäste da und dann wird es da hoffentlich eine sehr anregende informative lange Gespräche geben die dann auch die dann auch ihren Weg auf diverse Audiospeicherkarten finden werden und von dort den Weg in unseren Podcast hoffentlich und das ist dann wahrscheinlich auch das was ihr die nächsten beiden Folgen hören werdet im Sinne von da besprechen wir nicht nochmal die Filme an sich aber das Drumherum Wir greifen sozusagen die geballten Informationen und auch die spannenden Einblicke die zum Beispiel der eine der Hauptdarsteller von Das kann ich den bin ich der anwesend sein wird 50 Jahre nach dem nach der Filmpremiere oder nach der versuchten also alles was dort an interessanten Dingen kommt fassen wir dann zu so einer Spezialfolge zusammen das erwartet euch die nächsten beiden Sonntage und mit Spur der Steine werden wir uns dann natürlich ganz ausführlich im Gespräch auseinandersetzen und ich gucke so auf die Liste aber verrate mal noch nicht mehr da kommt noch so einiges Schönes wir sind jetzt ganz gut vorausgeplant und wissen auch schon was euch Tolles im Mai erwartet seid mit uns genauso gespannt und nutzt die Zwischenzeit zum Kommentieren und Abonnieren ich finde wir sollten mal darauf hinweisen dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt Ja ihr könnt diesen Podcast bei iTunes abonnieren ich habe nach ich weiß nicht vor 40 oder 50 Folgen habe ich das schon mal irgendwo gesagt dass ich zu blöd war oder es nicht hinbekommen habe mir eine Apple ID anzulegen weil die immer meine ganzen Geld Informationen haben wollten das habe ich aber jetzt das ist gar nicht notwendig gewesen ich habe anscheinend nur irgendwas überlesen wie kann sowas nur passieren und habe jetzt eine Apple ID und habe jetzt auch endlich mal andere Podcasts bewerten können und dann mache ich da einen Bogen da bin ich ganz entspannt ich weiß ja dass wir gut sind aber das könnt ihr auch gerne machen bei iTunes wenn ihr uns jetzt da gerade gehört habt einmal eben auf Alle Anzeigen klicken oder so und dann eine Bewertung abgeben gerne auch eine Rezension schreiben wenn ihr eine schlechte Bewertung uns geben wollt dann schreibt uns lieber vorher eine E-Mail an christian-at-wiederaufführung oder max-at-wiederaufführung.de und dann klären wir das kurz und dann könnt ihr uns hinterher schnell fünf Sterne geben einigen uns hin zu irgendeiner schleimigen Bemerkung beim nächsten Mal dann läuft das schon von mir aus schreibt doch mal was kritisches das wäre vielleicht ganz interessant für uns und versucht wirklich mal abonniert diesen Podcast das hilft uns tatsächlich einfach bei iTunes etwas sichtbarer zu sein und das hilft einfach neue Zuhörer zu gewinnen und das hilft uns länger zu senden und auch die nächsten Jahre euch mit jeder Menge alten Filmen neu entdeckt zu versorgen Ja und an dieser Stelle auch ein Dank an unsere Patreons unsere Patrone die uns jetzt quasi monatlich und sie als Abo unterstützen dieser Podcast ist kostenlos bleibt kostenlos wird immer kostenlos sein aber wenn ihr der Meinung seid so ein bisschen was kann ich denen auch in den Spendentopf werfen das könnt ihr sehr gerne machen dann ist das für uns also auch noch ein bisschen leichter und wir haben nur den Stress dass wir ordentliche Termine finden müssen und müssen uns nicht mit anderen Sachen großartig rumschlagen auf patreon.com slash wieder auf fuérung das ist so quasi da flatter so ein bisschen abflattert ist Patrin jetzt der neue heiße Scheiß und ja da gehört natürlich jetzt immer schon eine ziemliche Überwindung zu bis dahin noch zu gehen wenn ihr das jetzt gerade irgendwie weiß ich auf dem iPod hört oder so und jetzt noch auf diese Webseite gehen die der mir gerade erzählt hat ich weiß nicht ihr könnt das hier auch einfach für uns Wenn ihr erwartet dass ihr auch die nächsten Wochen wirklich immer jedes Mal eine Ausgabe pro Woche bekommt dann hilft das auf jeden Fall wenn wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen wer denn jetzt nochmal die Serverkosten bezahlt oder wie diese tiefe und große Investitionen in diese tollen Headsets diesen großartigen Klang machen oder auch Phonik die das nochmal alles schön rechnen ach ich könnte euch darüber wirklich ein kleines Buch schreiben ich lasse das mal an der Stelle und freue mich wenn ihr uns dort unterstützen wollt Ja wenn nicht sind wir auch froh wie gesagt könnt ihr uns gerne Bewertungen geben könnt ihr auch auf wiederaufführung.de vorbei schon da sind wenn ihr auch alle unsere Folgen und da könnt ihr auch gerne Kommentare zu den Episoden hinterlassen wenn ihr Fragen habt Meinungen etc.pp Ich gebe zu das ist das Wertvollste was ihr machen könnt wenn ihr dort reinkommentiert und uns oder auf facebook.com slash Wiederaufführung Mann wo sind wir überall ist unglaublich Twitter Fang nicht noch mit Twitter Okay brauchst du auch nicht sagen Also auf jeden Fall guckt Filme habt Spaß dabei entdeckt alte Filme wir gucken jetzt nachher noch Indiana Jones 3 im Kino Geil ne uns geht's gut Auf Wiederhören Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal